Hallöchen Leute, willkommen zu Angezockt Skyrim Part 2 Und wie auch schon in dem letzten Part gesagt, das wird dann hier erstmal auch vorher der letzte Part sein Wir sollten eigentlich geköpft werden, aber dann kam überraschenderweise ein Drachenangriff Und wir versuchen glaube ich gerade hier irgendwie mal rauszufliehen oder so, ne? Das Buch vom Drachenblut Äh, von der... ja, 360 der dritten Ära Ähm, halt, ich will umblättern Lol, jetzt hab ich's zugemacht, egal Zaubertrank der kleinen Heilung und Dietrich haben wir hier noch drin, ne? Sehr gut Wie komm ich denn jetzt wieder raus? Muss ich immer Escape drücken? Das finde ich ja ein bisschen umständlich hier Aber okay Ja, dann folge ich dir mal Kaiserliche Hunde, die sind sich für nichts zu schade Muss er schon hin? Hier ist nix Feuer Okay, jetzt lauf ich sogar mal vor Man muss ihm nicht nur folgen Joa, haben wir hier noch irgendwas? Nö Nö Ist auch nix Gut Oh, diese Stimmung, ey Ach, das liebe ich ja immer, wenn wir das Spiel hinkriegen Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist Wie blocke ich jetzt eigentlich? Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt Wir müssen uns zurückziehen Die Gefangenen entkommen Jetzt reicht es Wie blocke ich jetzt eigentlich? Oh lol Oh lol Wie blocke ich jetzt, äh, wie blocke ich? Wie blocke ich denn, wenn ich einen Zauber hier ausgewählt habe? Moment Das habe ich jetzt noch nicht so ganz raus Huch Ich bin schossen Der ist bei mir Okay, warte mal Eisenpfeil Kaiserliche, leichte Rüstung Leichter Helm Leichte Stiefel Einen langen Bogen Wollen wir den mal mitnehmen? Können wir noch mehr Ich weiß nicht, nehmen wir den erstmal mit So Warte mal Dann haben wir hier noch ein Glückchen Noch mehr Eisenpfeile Okay Warte hier nicht zu dritt Warte mal, hier war doch drei Hier ist noch einer Okay Äh, pff Warte mal Ja, wie gesagt, es ist total blind hier, ne? Ich spiele das zum ersten Mal, dieses Spiel Wenn ich einen Zauber ausgewählt habe Normalerweise war ich auf der rechten Maustaste blocken Wie blocke ich? Bl-bl-bl-bl-bl-blocke ich denn jetzt? Rennen Favoriten Schnellladen Warten, Tagebuch System Schnell ist immer Schnell Magie Schnell Karte Schrei Macht Hm Tja Das ist jetzt die gute Frage, wa? Wie mache ich denn das? Zerstörung Wiederherstellung Alle Ähm Plamm Linke Maustaste Kann ich doch irgendwie ein Hotkey oder sowas festlegen? Favoriten hinzufügen Ah, dort kannst du Zauber trinke, muss ich die immer so einsetzen? Vor allem lassen, benutzen Und dann setze ich jetzt einfach mal so einen Heilungstrank hier ein Äh, äh, eh Gluck, gluck, gluck Und dann, äh, würde ich mal gerne Waffen, Bekleidung Guck mal, da passiert denn das Was ist denn ein Schild? Es steht eine Waffe Stahldolch Wo finde ich denn jetzt meinen? Ein Blitz der Gesundheit und Magiker Acht Punkte Blitzschaden pro Sekunde Ich hab meinen neuen Zauber gelernt Funken Da ist mein Schild Eisenschild Hab ich jetzt ausgerüstet, ja? Ah, und jetzt kann ich so blocken Ja, komm her So Moment Geht gleich weiter Magie Jetzt haben wir auch hier Funken bekommen Würde ich ja auch mal gerne Dann fühl ich mich so ein bisschen wie der Imperator Favorit hinzufügen So Ja Soweit so gut Und jetzt muss ich immer Q drücken Und dann kann ich das auswählen, ja? Das ist links Ist okay Wenn ich jetzt wegmache, dann Ah Und wenn ich jetzt aber das Schild wieder haben will Dann muss ich erst wieder Das ist ja umständlich Warte mal Machen wir mal anders Geht gleich los Bekleidung Eisenschild Kann ich auch als Favorit nehmen, ne? So Das heißt Jetzt haben wir hier Eisenschild Flammenfunken und Heilung So Ha Sehr gut Los geht's Trefft mich nicht Kommt her Ihr Bastardos Ich mach euch alle fertig Ich streck dich nieder Du Fürstchen, du Ich nehm einfach mal die ganzen Pfeile einfach mal mit Ich soll nachgucken, ob der Weg frei ist Moment Dann nehm ich mal einen Zauber mit Hier, ich will mal die Funken ausprobieren Nie, halt Ach man Ah Ich sollte meine Waffe immer auf Favorit legen Das waren jetzt meine Waffe, die hier, ne? So, du bist jetzt auch mein Favorit Die viele Favoriten kann ich eigentlich haben So, Moment Ähm Nein, du bist rechts Rechts bist du Jetzt kannst du bloß links hin, oder was? Jetzt sind die Flammen rechts Ich verarsche Das verarsche ich mich doch nicht Links und rechts Lol Ah, jetzt rechts Jetzt will ich Die Funken will ich links haben Also drücke ich rechts Ah, ich hab's Ah Ich krieg das noch raus Das dauert immer ein bisschen So, jetzt hab ich hier meine Funken Jetzt kann ich bloß wieder nicht blocken, ne? So, lass das Ding runter Ich will mal meine Funken hier einjudgen Vergegen das? Dann ne Truhe oder so Nö Ja, war ja klar Wir müssen weiter Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen Kommst du mit, oder? Ja, wo soll ich denn jetzt eigentlich lang? Hier lang soll ich, glaub ich Ist hier noch was? Rein aus Interesse mal Kann ein Skelett durchsuchen? Lol Knochenmehl Nehmen Nein, will ich nicht nehmen Ist hier noch was? Ne, hier ist nix mehr Shoot you Das ist ja auch so was mit Wasser und so Dass da die Elektrizität geleitet wird Geleitet Was? Was brüllt er hier schon wieder rum? Achso Ah, ein Geldbeutel Ah doch, hier geht's auch weiter Ja, ja, ja Was hängt denn da oben? Oh, guck mal da Ein Spinni Oh, viele Spinnis Oh, leil Weiche, du Biest Was macht ihr denn da? Ach, ich kann ihn auch eingreifen, ja? Ah, ich hasse diese verdammten Biester Ja, ich nehme das einfach mal mit hier Gift Ich weiß nicht, ob er damit später irgendwas machen kann Als Tränke herstellen oder so Vielleicht, vielleicht Werden wir sehen Habt ihr Gewicht eigentlich? Ja, die haben tatsächlich Gewicht Schade Bei Richard war das ja immer so Da hatten einige Sachen kein Gewicht Und den konnte man natürlich dann immer Unendlich mitnehmen So, das wäre echt nicht Ach nee, stimmt Zum Blocken brauchen wir zwei Hände Deswegen geht das nicht Hier haben wir noch so einen Eisenstreit Kommen wir wie ihn auch haben Ne, dann lass ich den einfach mal liegen Davon haben wir nämlich schon zwei Ist hier noch was? Nö Hier ist nix mehr Ja, ich komme da schon Sollen wir da lang? Ja, okay Vielleicht ist da auch was Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt... Nicht anlegen? Warum denn nicht? Ach, geht das denn los? Nicht anlegen Lasst uns versuchen An ihr vorbeizuschleichen Immer schön langsam Und passt auf Wo ihr hintretet Oder wenn ihr meint Heute sei euer Glückstag Dann könnt ihr diesen Bogen nehmen Vielleicht überrumpelt ihr sie Geht voraus Ich folge und gebe euch Deckung Also reizen würde mich das schonen Jetzt mit dem Bogen Ähm, woher mal denn hier unseren langen Bogen? Hier muss man natürlich auch mit beiden Händen benutzen Wie ziehe ich jetzt damit? Ich weiß gar nicht, wo hier der Kopf ist Oh loll Was? Ist das tot? Okay, das kam jetzt unerwartet Wir haben 59 Eisenpfeile Wie schnell ist die mit einem Pfeil gestorben? Okay Ich will mich nicht beschweren Oder so, ne? Aber ich meine mal Ich dachte, die halten mehr aus So, na dann würde ich einfach mal sagen Packen wir den langen Bogen auch mal zu unseren Favoriten Ne, halt Hä? Ich bin verwirrt Warte mal Hä? Was drücke ich denn hier? Ach, er ist fallen lassen Boah, puh Haben wir noch was fallen lassen? Moment Ich war jetzt ein bisschen verpeilt Objekte jetzt nochmal Waffen So, wo ist unser Hämmerchen? Eisen Wollen wir davon jetzt bloß noch ein? Ach da Okay Ich krieg das noch hin Ich weiß es Irgendwann So Jetzt nochmal Warte mal Objekte Waffen So Favorit hinzufügen ist nämlich F Nicht R Ah Nein, mein Bogen ist jetzt auch weg Mein Bogen ist weg Leute, wie ist denn der da hingekommen? Ne, halt, das sind ganz andere Waffen hier Schaden 6 Schaden 6 Oh, ich rutsche runter Egal, jetzt haben wir einen neuen Bogen So, jetzt nochmal Waffen So, F jetzt hier Was ist denn diese komische Dinge da hinten eigentlich? Dieses, dieses Dach Was heißt denn das? Ich hab keine Ahnung Wahrscheinlich das Beste von den Sachen war Ich denk mal Also Meine Favoriten sind erstmal Das Und Der langen Bogen ist mein Favorit So, jetzt können wir das nochmal zumachen Jetzt schauen wir mal So, jetzt möchte ich gerne mal ausrüsten Das Was ist denn da das Eisenschild und Was ist denn da los? Ich will den rechts Ah So Aha So Ist ohne Waffen schneller, ne? Ja Bären Bärenklauen Bärenpelz Gewicht Eisenpfeil Ja, ja Hier haben wir das auch So, ohne Waffen sind wir wirklich schneller Das heißt, ich packe die einfach mal weg Müsste noch was? Oder hier oben Wo bin ich denn jetzt so langsam? Kann ich rennen? Wie war ein Rennen? Ah Jetzt renne ich Jetzt ist Schleichen, jetzt ist Rennen Aha Gut, können weiter Und wir sollten uns an den Bären vorbeisteichen Ich glaub dir auch, ey So, ne kleine Nudel Ja Freiheit Ziel Himmelsrand Mit der Macht des Fürsten Bla, bla, bla Warten Das ist ein Liebstahl Was ist denn? Hä? Diesmal für immer Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln Wir verschwinden besser Mhm, okay Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald Gleich die Straße hoch Sie wird uns sicher helfen Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen Viel Glück Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft Okay Jetzt haben wir uns hier also aufgeteilt So, wir haben auch eine Map Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast Helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast Die du aber noch nicht besucht hast Dunkle Symbole Ne, Leute, warte mal Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast Helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast Die du aber noch nicht besucht hast Dunkle Symbole Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen Ah, okay So, sprich im Warte mal, das bin ich Okay Hier haben wir Helden Falkenstein Flusswald Ne, halt Äh, Wheel Zoomen Tagebuch Zielort festlegen Ach, jetzt habe ich Habe ich es jetzt festgelegt? Ich weiß nicht M1 Was ist denn M1? Linke Maustaste Mann Ja, okay, da sind wir hinten Leute, so Okay, jo, dann laufen wir einfach mal ein bisschen Können wir hier auch Pflanzen und sowas mitnehmen? Tatsächlich Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten Und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen Rohe Kaninchenkeule Tut mir leid, ich wollte es mal ausprobieren Geht auch, cool Soll ich ihm jetzt folgen oder er nicht? Ich glaube mal schon, weil der wartet immer auf uns Ja Da war ja mit Flackern Ey, was ist denn das für Flackern hier? Ey, Böse Ist das noch alles ruhig hier? Richtig schön idyllisch Ja, ich blumne mich erstmal nochmal nicht Erstmal noch nicht mit Ey, ich will noch gar nicht Weiß, was die uns bringen Ne? Seht ihr die Ruine da oben? Ja Das ist das Ödsturz-Hügelgrad Ödsturz? Ich will die negative ändern F Ah Lol, haben wir nen Pfeil? Nein Okay, so sehen wir gerade aus Ja, sieht ganz okay aus Mit der Rüstung so Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfälligkeiten du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Aha. Oh lol. Ach lol. Ach jetzt, ach, so, das sind verschiedene. Ne, halt, stopp. Dann guck ich, wenn du Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Ich glaube, ich soll nämlich Krieger lieber. Ich bin nicht so der Mager, also so ein Mischmasch, das ist mir immer ganz lieb. Ich nehm das hier. Ach, jetzt hab ich das verstanden. Jetzt gucken wir nochmal, was das hier hat, und dann zeichnen sie mit aller Heimlichkeitsfertigkeiten. Ich nehme an, dass nur die wenigsten hier. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Okay, ich bin ein Krieger, ein echter Krieger. Jut, was haben wir hier. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Boah, wenn man richtig Spaß an einem Spiel hat, dann weht doch immer die Zeit so schnell. Ich komme, mein Junge, ich komme. Raloff, oder wie du heißt. Raloff. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Was flackert denn das? Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Das stört mich so ein bisschen, das ist flacker. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Yo. Oh, Werfe. Oh! Hi ihr Stilis, ihr kleinen Stilis hier. Was war das denn? Keine Ahnung. So, Wolfspelzeisenpfeil. Wollen wir den Wolfspelzen mitnehmen? Der hat ganz guten Wert, ne? 10 ist gar nicht so schlecht. So. Und weiter geht's. Ob unser, was wir so tragen können, äh, das erhöht sich bestimmt auch, ne? Unsere maximale Traglast. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Okay, cool. Und da ist deine Schwester, ja? Lass dich auch mal gucken. Wenn man sich so für verschiedene Seiten entscheiden kann, dass es so mehrere Wege gibt, finde ich schon mal eins okay. Was ist das? Flusswald? Fluss, Flusswald. Boah, ist das ein dicker Baum. Flusswald? Flusswald? Okay. Auf zur Segemühle. Können wir mal ein bisschen Holz mitnehmen hier, für später mal so ein kleines Lagerfeuer? Was ist das denn hier? Alter, das ist aber cool. Angetrieben. Ah, guck mal. Ich will's nochmal sehen. Schmeiß mal an. Warum darf ich jetzt... Mach mal... Mach mal nochmal. Oh, warte mal. Ich würde's erstmal einmal... So. Lol. Lol. Niemals. Wisst ihr, wie scheiße schwer so war das? Wisst ihr, wie scheiße schwer das? Es ist schöner zu sehen. Aber schwebt dich hier nicht in den... Huch. Wir haben gehört, dass wir ölfrig geschnackt haben. Wie geht's jetzt los? Ja, ich... Äh, ich weiß doch. Jetzt gibt's andere Dinge hier. Oh. Na, egal. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Warte mal. War das jetzt der Richtige, mit dem wir sprechen sollten? Nein. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Hallo. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Ah, Geschenke. Stellt 15 Punkte aus, da wieder her. Ausdruck, da schenkt sie uns. Brot. Dietrich. Käseecke. Kö... Äh, Honiggebräu. Ne, Honig. Was? Honig. Honigbräumet. Karotten. Ein Gesundheitspunkt. Ja. Silberner Granitring. Alter, voll viel wert und so. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralf und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? Ein Drache? In Helgen? Ich würde es euch bestätigen. Der Drache ist dort entlang geflogen. Ihr müsst ihn doch gesehen haben. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erster Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Ja, ja. Verrückt. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgrove in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Sprich im Flusswald mit Gerdur. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Hoth, kommt bitte mal her. Was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Okay, kommen wir nicht mehr hoch. Dann sollst du hier mit irgendjemandem sprechen. Ah, was bist du? Okay, sah erst so komisch aus. Das Haus von Gerdur. Arlovs und Sigrids Haus. Waffen. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Was könnt ihr mir über Fluss? Darf ich eure Schmiede benutzen? Könnt ihr... Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Handel. Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Okay. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Also kann ich auch Sachen verkaufen, ja? Okay. Zum Beispiel... Habe ich dir das verkauft? E heißt verkaufen. Okay. Eisenkriegs-Axt. Gibt es hier eigentlich auch so eine Abnutzung wie bei Fallout? Weiß ich gar nicht. Okay, das verkaufen wir mal alles. Okay, Stahldolch. Das kann auch weg. Kann ich hier alles bei dem verkaufen? Eisendolch. Habe ich auch zwei. Ne, also alles kann ich bei dem nicht kaufen. Waffen. Ein Jagdbogen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Da, Gold. 168. Okay. Aha, was hast du an Bekleidung? Bebänderter Eisenschild. Schlagene Rüstung. Oh, sie leuchtet. Wiederherstellen der Zauberkosten. Weniger Magiker. John Stiegisch. Okay, Dietrich. Eisenbarren, Eisenerz. Gut. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Erguss' Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hot betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Aha. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay. Ja. Benutzen Schmiede. Benutzen Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Ein Pels. Einen Eisendäusch sollten wir eben machen, ne? Ja, mächtig. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Okay. Jetzt haben wir einen Eisendolch hergestellt. Was auch immer ihr benötigt. Nicht schlecht. Aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Okay. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ich benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Material notwendig. Ja, okay. Anscheinend sollen wir jetzt... Was bringt das überhaupt hier, das Waffenschmieden wieder? Ja. Wir sollen jetzt... Was fein. Herstellen. Okay. Darf ich auch meine Waffe verbessern? Na komm. Verbessern wir jetzt mal das hier. Okay. So, jetzt haben wir den verbessert. Wir haben ihn gehärtet. So, jetzt gehen wir wieder zu ihm. Eisen oder Stahl? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Also gut. Also gut. Okay, stehen wir mal jetzt mal gerade nicht. Ein Gerbgestell. Leder. Stelle etwas Leder her. Okay. Und wieder zurück zu... Eisen. Ich könnte euch einen Krieg... Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Okay. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Also gut. Wo muss ich denn hin? Werkbank? Kann ich eine Werkbank machen? Benutze Werkbank nur, um Rüstungen zu verbessern. Ah, okay. Ne, warte mal. Das will ich gerade mal nicht. Ich will einen... Pelz... Was soll ich jetzt? Leder... Einen Lederhelm wollten wir herstellen. Jo. Sollten wir doch machen, oder? Ja, bitte. Hä? Haben wir jetzt das falsch gemacht? Auf Wiedersehen. Was war denn jetzt unsere Aufgabe? Habe ich irgendwo mein Menü, wo ich sehen kann? Fertigkeitenkarte, ob... Ah, wo sehe ich denn meine Aufgaben? Ah, sollten wir keinen Lederhelm herstellen? Pelz? Oder sollen wir einen Pelzhelm herstellen? Ah, Pelzhelm sollen wir herstellen. Okay. Doch keinen. Naja, okay. Egal. Dann halt einen Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Gut. Bis zum nächsten Mal. Lederhelm. Unser Lederhelm ist sogar besser als der... Warum sieht denn der Pelzhelm so komisch aus? Sieht aus wie aus Eisen. Okay. Was heißt denn... Ja, möchte ich. Tada! Was bringt denn das Härten überhaupt? Keine Ahnung. Ich könnte euch einen... Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Okay. Werft einen Blick drauf. Ich glaube auch, das können wir verkaufen, ne? Ich glaube, das ist eh schlechter als unseres. Waffenbekleidung. Lederhelm. Ja, das ist alles schlechter. Ehe, verkaufen. Können wir immerhin ein bisschen Geld für. Okay. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dann war es das soweit mit dem Angezockt. Haben wir gerade noch ein bisschen geschmiert hier. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich meine, Skyrim ist ein hammergelles Spiel, ne? Ähm. Und ich werde mich auch freuen, das hier weiter zu spielen. Und ansonsten bedanke ich mich. Jetzt, sei mal kurz ruhig hier. Äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und, ähm, dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play. Oder an geht's euch wieder? Bis dahin, tschüss. Wir sehen uns. Vielen Dank.